Hallo liebe Wrestling-Freunde, hier ist euer Freiherr von Ilden. Von meinem herrlichen Landgut Schloss Brez hier in Berlin melde ich mich mit einer wichtigen Botschaft für euch. Egal wie hart ich im Ring gewesen bin, egal was ich anderen Leuten an den Kopf geworfen habe, eine Sache in unserer Gesellschaft muss bekämpft werden und das ist Rassismus, denn der ist scheiße. Euer Freiherr. Untertitelung des ZDF, 2020